Hallo hier Leute, ich habe gerade einen Steam Fehler gehabt und man, man habe ich rumgekackt, weil ich hier nicht zocken konnte. Aber ich habe die Lösung für das Problem gefunden. Wenn ihr einen Fehler habt in Steam, der wie folgt ist. Steam Excel Main Exception Candid Open Blob Archiv File C Multifield Blob Mem Mapped File Fail to Opening Existing File Win 32 Error 5 Zugriff verweigert oder so in der Art oder in der Ähnlichkeit. Ist egal, wenn die Fernbildung ungefähr so lautet. Haben wir in verschiedenen Foren schon gesehen, ja mach dies, mach das, mach die Firewall aus, mach die Pouts auf. Nichts funktioniert und die Leute sind am Verzweifeln gewesen. Ja und es gibt eine ganz ganz einfache Lösung für dieses Problem. Also da liegt auch nicht drauf, wie kommen wir dann, wie sich auch nicht. Und zwar, wenn eure Festplatte voll ist, kommt dieser Fehler. Ich habe auf meiner Festplatte vorhin nur noch 8 MB gehabt. Jetzt habe ich ein bisschen was gelöscht, jetzt habe ich da jetzt noch 6 GB drauf. Das heißt, dieser Fehler kommt, wenn eure Festplatte voll ist und wenn ihr euch von ein, zwei Spielen verabschieden könnt, dann sollte Steam auch wieder laufen. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn es euch geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, vielleicht über ein kleines Kommentar, über ein Abo freue ich mich riesig. Und besucht doch mal cd-kies.at. Nur mal so. Alles klar. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.